Briefe von niemandem Die Flucht der brasilianischen Boa Constrictor hatte Harry die bisher längste Strafe eingebracht. Als er den Schrank wieder verlassen durfte, hatten die Sommerferien begonnen. Dudley hatte seine neue Videokamera schon längst zertrümmert und sein ferngesteuertes Flugzeug zu Bruch geflogen. Bei seiner ersten Fahrt mit dem Rennrad hatte er die alte Miss Fick, die gerade auf ihren Krücken gestützt den Ligusterweg überquerte, über den Haufen geradelt. Harry war froh, dass die Schule zu Ende war. Doch Dudleys Bande, die das Haus Tag für Tag heimsuchte, konnte er nicht entkommen. Pierce, Dennis, Malcolm und Gordon waren allesamt groß und dumm. Doch weil Dudley der dümmste von allen war, war er ihr Anführer. Die anderen schlossen sich mit ausgesprochenem Vergnügen Dudleys Lieblingssport an. Harry jagen. Deshalb verbrachte Harry möglichst viel Zeit außer Haus und wanderte durch die Straßen. Das baldige Ende der Ferien war ein kleiner Hoffnungsschimmer. Im September würde er auf die höhere Schule kommen und zum ersten Mal im Leben nicht mehr mit Dudley zusammen sein. Dudley hatte einen Platz an Onkel Werns Altersschule, Smeltings. Auch Pierce Polkins ging dorthin. Harry dagegen kam an die Stonewall High School, die Gesamtschule in der Nachbarschaft. Dudley fand das sehr lustig. In Stonewall High stecken sie den neuen am ersten Tag den Kopf ins Klo, eröffnete er Harry. Willst du mit mir hochkommen schon mal üben? Nein, danke, sagte Harry. Das arme Klo hat noch nie etwas so fürchterliches wie dein Kopf geschluckt. Vielleicht wird ihm schlecht davon. Dann rannte er los, bevor sich Dudley einen Reim daraus machen konnte. Eines Tages, im Juli, nahm Tante Petunia Dudley mit nach London, um dort die Schuluniform für Smeltings zu kaufen. Und ließ Harry bei Mrs. Fick zurück. Mrs. Fick war nicht mehr so übel wie früher. Harry erfuhr, dass sie sich den Fuß gebrochen hatte, als sie über ihre Katze gestolpert war, und inzwischen schien sie nicht mehr so ganz begeistert zu sein von ihnen. Sie ließ Harry fernsehen und reichte ihm ein Stück Schokoladenkuchen. Der schmeckte, als hätte sie ihn schon etliche Jahre aufbewahrt. An diesem Abend stolzierte Dudley in seiner neuen Uniform unter den Augen der Eltern im Wohnzimmer umher. Die Jungen in Smeltings trugen kastanienbraune Frecke, orangefarbene Knickerbockerhosen und flache Strohhüte, die sie Kreissägen nannten. Außerdem hatten sie knorrige Holzstöcke, mit denen sie sich, wenn die Lehrer nicht hinsahen, gegenseitig Hiebe versetzten. Das galt als gute Übung fürs spätere Leben. Onkel Verne musterte Dudley in den neuen Knickerbockern und krummelte etwas vom stolzesten Augenblick seines Lebens. Tante Petunia brach in Tränen aus und sagte, sie könne es einfach nicht fassen, dass dies ihr kleiner, süßer Daddyspatz sei, so hübsch und erwachsen, wie er aussehe. Harry wagte nicht, auch nur ein Wort zu sagen. Wohl möglich hatte er sich schon zwei Rippen angeknackst vor lauter Anstrengung, nicht lautlos zu lachen. Am nächsten Morgen, als Harry zum Frühstück in die Küche kam, schlug ihm ein fürchterlicher Gestank entgegen. Offenbar kam er von einer großen E-Mail-Schüssel in der Spüle. Er trat näher, um sich die Sache anzusehen. In dem grauen Wasser der Schüssel schwamm etwas, das aussah wie ein Bündel schmutziger Lumpen. »Was ist das denn?«, fragte er Tante Petunia. Sie knifft die Lippen zusammen, wie immer, wenn er es wagte, eine Frage zu stellen. »Deine neue Schuluniform«, sagte sie. Harry warf noch einen Blick in die Schüssel. »Ah«, sagte er, »ich wusste nicht, dass sie so nass sein muss. Stell dich nicht so dumm an«, keifte Tante Petunia. »Ich färbe ein paar alte Sachen grau für dich. Die sehen dann genauso aus wie die anderen.« Das bezweifelte Harry ernsthaft. Er hielt es aber für besser, ihr nicht zu widersprechen. Er setzte sich an den Tisch und versuchte nicht daran zu denken, wie er an seinem ersten Schultag in Stornwall High aussehen würde. Vermutlich wie einer, der ein paar Fetzen alter Elefantenhaut trug. Dudley und Onkel Vern kamen herein und beide hielten sich beim Gestank von Harrys neuer Uniform die Nase zu. Onkel Vern schlug wie immer seine Zeitung auf und Dudley knallte seinen Smeltingstock, den er immer bei sich trug, auf den Tisch. Die Klappe des Briefschlitzes quietschte und die Post klatschte auf die Türmatte. »Hol die Post, Dudley«, sagte Onkel Vern hinter seiner Zeitung hervor. »Soll doch Harry sie holen!« »Hol die Post, Harry!« »Soll doch Dudley sie holen!« »Knuff ihn mal mit deinem Smeltingstock, Dudley!« Harry wich dem Stock aus und ging hinaus, um die Post zu holen. Dreierlei lag auf der Türmatte. Eine Postkarte von Onkel Verns Schwester Marge, die Ferien machte, ein brauner Umschlag, der wohl eine Rechnung enthielt, und ein Brief für Harry. Harry hob ihn auf und starrte auf den Umschlag. Sein Herz schwirrte wie ein riesiger Gummiball. Niemand hatte ihm je in seinem ganzen Leben einen Brief geschrieben. Wer konnte es sein? Er hatte keine Freunde, keine anderen Verwandten, er war nicht in der Bücherei angemeldet und hatte deshalb auch noch nie unhöfliche Aufforderungen erhalten, Bücher zurückzubringen. Doch hier war ein Brief. So klar adressiert, dass ein Fehler ausgeschlossen war. »Mr. H. Potter im Schrank unter der Treppe, Ligusterweg 4, Little Winging Surrey« Dick und schwer war der Umschlag. Aus geblichenem Pergament und die Adresse war mit smaragdgrüner Tinte geschrieben. Eine Briefmarke war nicht draufgeklebt. Mit zitternder Hand drehte Harry den Brief um und sah ein purpurnes Siegel aus Wachs, auf den ein Wappenschild eingeprägt war. Ein Löwe, ein Adler, ein Dachs und eine Schlange, die einen Kreis um den Buchstaben H schlossen. »Beeil dich, Junge«, rief Onkel Wörn aus der Küche. »Was machst du denn da draußen eigentlich? Briefbombenkontrolle?« Er kluckste über seinen eigenen Scherz. Harry kam in die Küche zurück, den Blick unverwandt auf den Brief gerichtet. Erreichte Onkel Wörn die Rechnung und die Postkarte setzte sich und begann langsam, den gelben Umschlag zu öffnen. Onkel Wörn riss den Brief mit der Rechnung auf, schnaubte vor Abscheu und überflog die Postkarte. »March ist krank«, teilte er Tante Petunia mit. »Hat eine faule Wellhorn-Schnecke gegessen?« »Dead«, sagte Dudley plötzlich. »Dead, Harry hat etwas!« Harry war gerade dabei, den Brief zu entfalten, der aus demselben schweren Pergament bestand wie der Umschlag, als Onkel Wörn ihm das Blatt aus der Hand riss. »Das ist für mich«, rief Harry und versuchte Onkel Wörn, den Brief wegzuschnappen. »Wer soll dir denn bitte schreiben?« Hünter Onkel Wörn schüttelte das zusammengefaltete Blatt mit einer Hand auseinander und begann zu lesen. Sein Gesicht wechselte schneller von Rot zu Grün als eine Verkehrsampel. Und es blieb nicht bei Grün. Nach ein paar Sekunden war es gräulich weiß wie alter Haferschleim. »P-P-P-P-Petunia«, stieß er keuchend hervor. Dudley krabschte nach dem Brief, um ihn zu lesen, aber Onkel Wörn hielt ihn hoch, so dass er ihn nicht zu fassen bekam. Tante Petunia nahm ihn neugierig in die Hand und las die ersten Zeilen. Ein Moment lang sah es so aus, als würde sie in Unmacht fallen. Sie griff sich an den Hals und gab ein wögendes Geräusch von sich. »W-Wörnen! Ach du lieber Gott! Wörnen!« Sie starrten einander an, als hätten sie vergessen, dass Harry und Dudley immer noch in der Küche waren. Dudley war es nicht gewohnt, ignoriert zu werden. Mit dem Smeltingstock versetzte er seinem Vater einen kurzen schmerzhaften Hieb auf den Kopf. »Ich will den Brief lesen«, sagte er laut. »Ich will ihn lesen«, sagte Harry wütend. »Es ist nämlich meiner!« »Raus hier! Beide!« krechzte Onkel Wörn und stopfte den Brief in den Umschlag zurück. Harry rührte sich nicht vom Fleck. »Ich will meinen Brief lesen«, rief er. »Lass mich sehen«, verlangte Dudley. »Raus!«, brüllte Onkel Wörn, packte Harry und Dudley am Genick, warf sie hinaus in den Flur und knallte die Küchentür hinter ihm zu. Prompt lieferten sich Harry und Dudley einen erbitterten, aber stummen Kampf darum, wer am Schlüsselloch lauschen durfte. Dudley gewann, und so legte sich Harry, die Brille von einem Ohr herabhängend, flach auf den Bauch und lauschte an dem Spalt zwischen der Tür und dem Fußboden. »Wörnen«, sagte Tante Petuna mit zitternder Stimme. »Schau, schau dir die Adresse an! Wie können Sie denn wissen, wo er schläft? Sie beobachten uns doch nicht etwa?« »Beobachten? Spionieren? Vielleicht folgen Sie uns?«, murmelte Onkel Wörn verwirrt. »Aber was sollen wir tun, Wörnen? Sollen wir vielleicht antworten? Ihnen sagen, wir wollen nicht?« Harry konnte Onkel Wörns glänzende schwarze Schuhe die Küche auf- und abschreiten sehen. »Nein«, sagte er endlich. »Nein, wir tun so, als ob nichts wäre. Wenn Sie keine Antwort bekommen, ja, das ist es, das ist das Beste, wir tun gar nichts.« »Aber ich will keinen davon im Haus haben, Petunia. Als wir ihn aufnahmen, haben wir uns da nicht geschworen, diesen gefährlichen Unsinn auszumerzen?« Als Onkel Wörn an diesem Abend vom Büro zurückkam, tat er etwas, was er nie zuvor getan hatte. Er besuchte Harry in seinem Schrank. »Wo ist mein Brief?«, sagte Harry, kaum hatte sich Onkel Wörn durch die Tür gezwängt. »Wer schreibt an mich?« »Niemand. Er war nur versehentlich an dich adressiert,« sagte Onkel Wörn, kurz angebunden. »Ich habe ihn verbrannt.« »Er war kein versehen,« rief Harry zornig. »Mein Schrank stand drauf. Ruhe!«, schrie Onkel Wörn und ein paar Spinnen fielen von der Decke. Er holte ein paar Mal Tief Luft und zwang dann sein Gesicht zu einem recht schmerzhaft wirkenden Lächeln. »Äh, ja, Harry, wegen dieses Schrankes hier. Deine Tante und ich haben darüber nachgedacht und du wirst allmählich wirklich etwas zu groß dafür. Wir meinen es wäre doch nett, wenn du in Dudleys zweites Schlafzimmer ziehen würdest. »Warum?«, sagte Harry. »Keine dummen Fragen!«, fuhr ihn der Onkel an. »Bring dieses Zeug nach oben, aber sofort!« Das Haus der Dursleys hatte vier Schlafzimmer. Eins für Onkel Wörn und Tante Petunia, eins für Besucher, meist Onkel Wörns Schwester Marge, eines in dem Dudley schlief und eines in dem Dudley all seine Spielsachen und die Dinge aufbewahrte, die nicht mehr in sein erstes Schlafzimmer passten. Harry musste nur einmal nach oben gehen und schon hatte er all seine Sachen aus dem Schrank in das neue Zimmer gebracht. Er setzte sich aufs Bett und ließ den Blick kreisen. Fast alles hier drin war kaputt. Die einen Monat alte Videokamera lag auf einem kleinen noch funktionierenden Panzer, den Dudley einmal über den Hund der Nachtbahn gefahren hatte. In der Ecke stand Dudleys erster Fernseher. Als seine Lieblingssendung abgesetzt wurde, hatte er den Fuß durch den Bildschirm gerammt. Auch ein großer Vogelkäfig stand da, in dem einmal ein Papagei gelebt hatte, den Dudley in der Schule gegen ein echtes Luftgewehr getauscht hatte. Es lag mit durchgebogenem Lauf auf einem Regal, denn Dudley hatte sich darauf niedergelassen. Andere Regale standen voller Bücher. Das waren die einzigen Dinge in dem Zimmer, die aussahen, als wären sie nie angerührt worden. Von unten war Dudley zu hören, wie er seine Mutter anbrüllte. Ich will ihn nicht da drin haben. Ich brauche das Zimmer. Er soll wieder rausziehen. Harry seufzte und streckte sich auf dem Bett aus. Gestern hätte er noch alles darum gegeben, hier oben zu sein. Heute wäre er lieber wieder in seinem Schrank mit dem Brief in seiner Hand statt hier oben ohne ihn. Am nächsten Morgen beim Frühstück waren alle recht schweigsam. Dudley stand unter Schock. Er hatte geschrien, seinen Vater mit dem Smeltingstock geschlagen, sich absichtlich übergeben, seine Mutter getreten und seine Schildkröte durch das Dach des Gewächshauses geworfen, aber sein Zimmer hatte er trotzdem nicht zurückbekommen. Harry dachte darüber nach, was gestern beim Frühstück geschehen war. Hätte er den Brief doch nur schon im Flur geöffnet, dachte er voll Bitterkeit. Onkel Vern und Tante Petunia sahen sich unablässig mit düsterer Mine an. Die Post kam und Onkel Vern, der offenbar versuchte nett zu Harry zu sein, ließ Dudley aufstehen und sie holen. Sie konnten ihn hören, wie er den ganzen Flur entlang mit seinem Smeltingstock mal hier, mal dort gegenschlug. Dann rief er, Da ist schon wieder einer, Mr. H. Potter, das kleinste Schlafzimmer, Legusterweg 4. Mit einem erstickten Schrei sprang Onkel Vern von seinem Stuhl hoch und rannte den Flur entlang, Harry dicht hinter ihm. Onkel Vern Vern nach einem kurzen Gerangel, bei dem jeder ein paar saftige Schläge mit dem Smeltingstock einstecken musste, richtete sich Onkel Vern nach Luft ringend auf und hielt Harrys Brief in der Hand. Verschwinde in deinen Schrank, ich meine in dein Zimmer, japste er Harry zu. Dudley, geh, ich bitte dich, geh. Oben in seinem neuen Zimmer ging Harry auf und ab. Auf und ab. Jemand wusste, dass er aus dem Schrank ausgezogen war und offenbar auch, dass er den ersten Brief nicht erhalten hatte. Das bedeutete doch gewiss, dass sie es wieder versuchen würden. Und das nächste Mal würde er dafür sorgen, dass es klappte. Er hatte einen Plan ausgeheckt. Um sechs Uhr am nächsten Morgen klingelte der reparierte Wecker. Harry brachte ihn rasch zum Verstummen und zog sich leise an. Er durfte die Dursleys nicht aufwecken. Ohne Licht zu machen stahl er sich die Treppe hinunter. Er würde an der Ecke des Ligusterwegs auf den Postboten warten und sich den Brief für Nummer vier gleich geben lassen. Mit laut pochendem Herz stahl er sich durch den dunklen Flur zur Haustür. Harry machte einen Sprung in die Luft. Er war auf etwas Großes und Matschiges getreten, das auf der Türmatte lag. Etwas Lebendiges. Im ersten Stock ging Lichter an und mit einem furchtbaren Schreck wurde Harry klar, dass das große matschige Etwas das Gesicht seines Onkels war. Onkel Vern hatte in einem Schlafsack vor der Tür gelegen und zwar genau deshalb, um Harry daran zu hindern, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Er schrie Harry etwa eine halbe Stunde lang an und befahl ihm dann Tee zu kochen. Niedergeschlagen schlurfte Harry in die Küche und als er zurückkam, war die Post schon eingeworfen worden, mitten auf dem Schoß von Onkel Vern. Harry konnte drei mit grüner Tinte beschriftete Briefe erkennen. Ich will, begann er, doch Onkel Vern zerriss die Briefe vor seinen Augen in kleine Fetzen. An diesem Tag ging Onkel Vern nicht zur Arbeit. Er blieb zu Hause und nagelte den Briefschlitz zu. Weißt du, erklärte er Tante Petunia mit dem Mund voller Nägel, wenn sie die Briefe nicht mehr zustellen können, werden sie es einfach bleiben lassen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das klappt, Vernon. Oh, die Leute haben eine ganz merkwürdige Art zu denken, Petunia. Sie sind nicht wie du und ich, sagte Onkel Vern und versuchte einen Nagel mit einem Stück Obstkuchen einzuschlagen, den ihm Tante Petunia soeben gebracht hatte. Am Freitag kamen nicht weniger als zwölf Briefe für Harry. Da sie nicht in den Brief Schlitz gingen, waren sie unter der Tür hindurch geschoben, zwischen Tür und Rahmen geklemmt oder durch das kleine Fenster der Toilette im Erdgeschoss gezwängt worden. Wieder blieb Onkel Vern zu Hause. Nachdem er alle Briefe verbrannt hatte, holte er sich einen Hammer, Nägel und Leisten und schnagelte die Spalten an Vorder- und Hintertür zu, sodass niemand hinausgehen konnte. Beim Arbeiten summte er und zuckte beim kleinsten Geräusch zusammen. Am Sonnenabend gerieten die Dinge außer Kontrolle. Vierundzwanzig Briefe für Harry fanden den Weg ins Haus. Zusammengerollt im Inneren der zwei Dutzend Eier, versteckt, die der völlig verdatterte Milchmann Tante Petunia durch das Wohnzimmerfenster hineingereicht hatte. Während Onkel Wern wütend beim Postamt und bei der Molkerei anrief und versuchte jemanden aufzutreiben, bei dem er sich beschweren konnte, zerschnitzelte Tante Petunia die Briefe im Küchenmixer. Wer zum Teufel will so dringend mit dir sprechen? fragte Dudley Harry ganz verwundert. Als sich Onkel Wern am Sonntagmorgen an den Frühstückstisch setzte, sah er müde und ziemlich erschöpft aus, aber glücklich. Kein Post an Sonntagen, gemahnte er fröhlich, während er seine Zeitung mit Marmelade bestrich. Kein verfluchter Brief heute. Während er sprach, kam etwas pfeifend den Küchenkamin herunter und knallte gegen seinen Hinterkopf. Einen Augenblick später kamen dreißig oder vierzig Briefe wie Kugeln aus dem Kamin geschossen. Die Dursleys gingen in Deckung, doch Harry hüpfte in der Küche herum und versuchte einen Brief zu fangen. Raus, Raus. Onkel Vern packte Harry um die Hüfte und warf ihn hinaus in den Flur. Als Tante Petunia und Dudley mit den Armen vorm Gesicht aus der Küche gerannt waren, knallte Onkel Vern die Tür zu. Sie konnten die Briefe immer noch in der Küche rauschen und gegen die Wände klatschen hören. Das reicht, sagte Onkel Vern Er versuchte ruhig zu große Haarbüchel aus seinem Schnurrbart. Ich möchte, dass ihr euch alle in fünf Minuten hier einfindet. Bereit zur Abreise. Wir gehen. Packt ein paar Sachen ein und keine Widerrede. Mit nur einem halben Schnurrbart sah er so gefährlich aus, dass niemand ein Wort zu sagen wagte. Zehn Minuten später hatten sie sich durch die Bretter verschlagene Tür gezwängt, saßen im Wagen und sausten in Richtung Autobahn davon. Auf dem Rücksitz wimmerte Dudley vor sich hin. Sein Vater hatte ihm links und rechts eine geknallt, weil er sie aufgehalten hatte, mit dem Versuch, seinen Fernseher, den Videorekorder und den Computer in seine Sporttasche zu packen. Sie fuhren und fuhren. Selbst Tante Petunia wagte nicht zu fragen, wo sie denn hin fuhren. Hin und wieder machte Onkel Verne scharf Kehrt und fuhr dann eine Weile in die entgegengesetzte Richtung. Schütteln sie ab, schütteln sie ab, murmelte er immer wieder vor sich her. Den ganzen Tag über hielten sie nicht einmal an, um etwas zu essen oder zu trinken. Als die Nacht hereinbrach, war Dudley am Brüllen. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie einen so schlechten Tag gehabt. Er war hungrig, er hatte fünf seiner Lieblingssendungen im Fernsehen verpasst und er hatte noch nie so lange Zeit verbracht, ohne am Computer einen Außerirdischen in die Luft zu jagen. Endlich machte Onkel Verne vor einem düster aussehenden Hotel am Rande einer sich ein Zimmer mit Doppelbett und feuchten mutrigen Decken. Dudley schnarchte, aber Harry blieb wach. Er saß an der Fensterbank, blickte hinunter auf die Lichter der vorbeifahrenden Autos und dachte lang nach. Am nächsten Morgen frühstückten sie muffige Cornflakes und kalte Dosen Tomaten auf Toast. Kaum waren sie fertig, trat die Besitzerin des Hotels an ihrem Tisch. Verzeihen Sie, aber ist einer von Ihnen Mr. H. Potter, es ist nur ich habe ungefähr hundert von diesen Dingen hier am Empfangsschalter. Sie hielt einen Brief hoch, sodass sie die mit grüner Tinte geschriebene Adresse lesen konnte. Mr. H. Potter Zimmer 17 Hotel zum Bahnblick Cockworth Harry schnappte nach dem Brief, doch Onkel Vern schlug seine Hand weg, die Frau starrte sie an. Ich nehme sie, sagte Onkel Vern, stand rasch auf und folgte ihr aus dem Speisezimmer. Wäre es nicht besser, wenn wir einfach nach Hause fahren würden, Schatz, schlug Tante Petunia einige Stunden später mit schüchterner Stimme vor. Doch Onkel Vern schien sie nicht zu hören. Keiner von ihnen wusste, wonach er genau suchte. Er fuhr sie in einen Wald hinein, stieg aus, sah sich um, schüttelte den Kopf, setzte sich wieder ins Auto und weiter ging's. Dasselbe geschah inmitten eines umgepflügten Ackers auf halbem Weg über eine Hängebrücke und auf der obersten Ebene eines mehrstöckigen Parkhauses. Daddy ist verrückt geworden, nicht wahr? fragte Dudley spät am Nachmittag mit dumpfer Stimme Tante Petunia. Onkel Wern hatte an der Küste geparkt, sie alle im Wagen eingeschlossen und war verschwunden. Es begann zu regnen. Große Tropfen klatschten auf das Wagendach. Dudley schniefte. Es ist Montag, erklärte er seiner Mutter. Heute kommt der große Humberto. Ich will dahin, wo sie einen Fernseher haben. Montag? Das erinnerte Harry an etwas. Wenn es Montag war, und meist konnte man sich auf Dudley verlassen, wenn es um die Wochentage ging, und zwar wegen des Fernsehens, dann war morgen Dienstag. Harrys elfter Geburtstag. Natürlich waren seine Geburtstage nie besonders lustig gewesen. Letztes Jahr hatten ihm die Dursleys einen Kleiderbügel und ein paar alte Socken von Onkel Vern geschenkt. Trotzdem, man wird nicht jeden Tag elf. Onkel Vern kam zurück mit einem Lächeln auf dem Gesicht. In den Händen trug er ein langes, schmales Paket. Doch auf Tante Petunias Frage, was er gekauft habe, antwortete er nicht. Ich habe den idealen Platz gefunden, sagte er. Kommt, alle aussteigen. Draußen war es sehr kalt. Onkel Vern wies hinaus aufs Meer, wo in der Ferne ein großer Fels zu erkennen war. Auf diesem Fels thronte die schäbigste kleine Hütte, die man sich vorstellen kann. Eins war sicher, ein Fernseher gab es dort nicht. Sturmwarnung für heute Nacht, sagte Onkel Vern schadenfroh und klatschte in die Hände. Und dieser Gentleman hier hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns sein Boot zu leihen. Ein zahnloser alter Mann kam auf sie zugehumpelt und deutete mit einem recht verschmitzten Grinsen auf ein altes Ruderboot im Stahl grauen Wasser unter ihnen. Ich habe uns schon einige Futterrationen besorgt, sagte Onkel Vern. Also alle an Bord. Im Boot war es bitter kalt. Eisige Gischt und Regentropfen krochen ihnen die Rücken hinunter und ein frostiger Wind peitschte über ihre Gesichter. Nach Stunden, so kam es ihnen vor, erreichten sie den Fels, wo sie, Onkel Vern, rutschend und schlitternd zu dem heruntergekommenen Haus führte. Innen sah es fürchterlich aus. Es stank durchdringend nach Seetang, der Wind pfiff durch die Ritzen der Holzwände und die Feuerstelle war nass und leer. Es gab nur zwei Räume. Onkel Vernes Rationen stellten sich als eine Packung Cracker für jeden und vier Bananen heraus. Er versuchte ein Feuer zu machen, doch die leeren Crackerschachteln gaben nur Rauch von sich und schrumpelten zusammen. Jetzt könnte ich ausnahmsweise mal einige dieser Briefe gebrauchen, Leute, sagte er fröhlich. Er war bester Laune. Offenbar glaubte er, niemand hätte eine Chance, sie hier im Sturm zu erreichen, um die Post zu stellen. Harry dachte im Stillen das Gleiche, doch der Gedanke munterte ihn überhaupt nicht auf. Als die Nacht hereinbrach, kam der versprochene Sturm um sie herum, mächtig in Fahrt. Gischt von den hohen Wellen spritzte gegen die Wände der Hütte und ein zorniger Wind rüttelte an den schmutzigen Fenstern. Tante Petunia fand ein paar alte nach Aal riechenden Leinentücher und machte Dudley auf dem motten zerfressenen Sofa ein Bett zurecht. Sie und Onkel Vern gingen ins zerlumpte Bett nebenan und Harry musste sich das weichste Stück Fußboden suchen und sich unter der dünnsten zerrissensten Decke zusammenkauern. Die Nacht rückte vor und immer wütender blies der Sturm. Harry konnte noch nicht schlafen. Er bibberte und wälzte sich hin und her, um es sich bequemer zu machen, und sein Magen rührte vor Hunger. Dudleys Schnarchen ging in einem rollenden Donner unter, das um Mitternacht anhob. Der Leuchtzeiger von Dudleys Uhr, die an einen dicken Handgelenk vom Sofa herunterbaumelte, sagte Harry, dass er in zehn Minuten elf Jahre alt sein würde. Er lag da und sah zu, wie sein Geburtstag ticken näher rückte. Ob die Dursleys überhaupt an ihn denken würden, fragte er sich. Wo der Briefeschreiber jetzt wohl war? Noch fünf Minuten. Harry hörte draußen etwas Knacken. Hoffentlich kam das Dach nicht herunter, auch wenn ihm dann vielleicht etwas wärmer würde. Noch vier Minuten. Vielleicht war das Haus am Ligusterweg, wenn sie zurückkam, so vollgestopft mit Briefen, dass er auf die eine oder andere Weise einen davon stibitzen konnte. Noch drei Minuten. War es das Meer, das so hart gegen den Felsen schlug? Und noch zwei Minuten. Was war das für ein komisches malmendes Geräusch? Zerbrach der Fels und stürzte ins Meer? Noch eine Minute und er war elf. 30 Sekunden. 20 10 9 Vielleicht sollte er Dudley aufwecken, einfach um ihn zu ärgern. 3 2 1 BUM! BUM! Die ganze Hütte erzitterte. Mit einem Mal saß Harry kerzen gerade da und starrte auf die Tür. Da draußen war jemand und klopfte.